Hallo Kinder! In diesem Film werdet ihr lernen, was eine Sage ist. Kennt ihr Theo? Er kennt ganz viele Sagen, denn er hat zum Geburtstag ein Buch mit Sagen geschenkt bekommen. Sagen sind Erzählungen. Sie heißen Sagen, weil in den Sagen geschrieben steht, was die Menschen sich über diese oder jene Sache erzählen, also was sie sich gegenseitig gesagt haben. Es kommen oft Figuren, Städte oder Orte in der Natur vor, die es wirklich gibt, oder es geht um Geschehnisse, die tatsächlich stattgefunden haben. Die Geschichten um diese Dinge sind spektakulär und sie sind absolut nicht wahr. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.